hi martin morgen martin wir sagen guten morgen wir haben es in vietnam gerade frühmorgens und wollten ja schon mal hallo und liebe grüße nach deutschland schicken grüße und auf dein video antworten also auch uns also wir haben gerade eben schon wieder gänsehaut gekriegt hammer also martin wir sind mit ihr voll und ganz zufrieden wir schwärmen immer noch von ihr wir ungelogen jeden tag schauen wir uns mindestens mal das video an das du uns schon bereits zugeschickt hast wir sind begeistert wir sind absolut fans von ihr ich kann dich nur immer weiterempfehlen fünf sterne plus du bist ein toller mensch sympathisch liebevoll du verstehst einem auch du kannst auch auf einen zu haben es mir fehlen die worte einfach ich bin total immer noch und kurz und weg wir sind so froh dich kennengelernt zu haben gefunden zu haben mit dir gefeiert zu haben und ich sag mal wir hoffen nicht noch mal auf eine weitere hochzeit allerdings als gäste und mit hoffentlichen empfehlung mal die mal